Hallo meine Lieben und Willkommen zu meinem neuen Video Wir sind heute... Ja, gewheilig Du bist so verstört Ja, heute ist es warm und ich bin anstrengend Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber Der Julian hat mir ein Video auf seinem Kanal hochgeladen Eines seiner erfolgreichsten Videos überhaupt Verlinke ich euch am Ende und in der Infobox Und zwar Du lennst nochmal auf Und zwar sind wir zusammen in einem XXXXXL Wasserballon Hier ein kurzer Einspieler Du willst auch nicht drauf, wenn es hier... Nein! Der ist auch mit dem Ballon Nein! Wir kommen hier echt nie mehr raus Kommt da ein Einspieler, oder? Kommt einer, ja Jetzt? Oder war der gerade schon? Der war Alpi schon Der war schon Und wir haben uns gedacht, wo kann man sich noch zu zweit reinquetschen Was extrem lustig werden könnte? Nein, das stimmt so nicht Eigentlich habe ich mir das gedacht Ja Ich war in Amazon unterwegs und habe mir das hier erworben Das ist ein Ganzkörper... Eine Ganzkörpersprumpfhose Eine Ganzkörpersprumpfhose Ich habe Bilder dazu gegoogelt Sinn? Fragezeichen? Blenden wir hier ein Hier kommen jetzt Bilder Ähm, ich verstehe diese Bilder nicht Was, was, warum, warum? Ja, das haben wir uns gefragt Und wir dachten, perfekt Und da eh keiner weiß, wofür der zu gebrauchen ist normalerweise Können wir damit ja machen, was wir wollen Ich Junge, können wir einfach anfangen Wir haben Challenges uns überlegt Wir haben uns Challenges vorbereitet Wir werden jetzt ins Wohnzimmer steigen Wir werden ins Wohnzimmer steigen Wir werden in diese Stumpfhose steigen Und in die Stumpfhose auch reinsteigen Und dann geht's so Boah, kennt ihr Leute, die auf Fotos so stehen? Ein Foto! Mensch, klasse! Wir haben jetzt hier die Stumpfhose Die sieht quasi aus wie ein Schal aus einem Stromfosenmaterial Das hat sich hier rein Ähm, wie steigen wir denn jetzt rein? Also die eine Seite ist... Ich weiß, wie wir reinsteigen mit dem Fuß zuerst Gut, die eine Seite ist geschlossen Die andere Seite ist offen Das ist geil, jetzt sieht mir eine Hose an Jetzt muss ich euch was verraten Ich war noch nie in meinem Leben Da passt mir nicht zu zweit rein Jetzt stell dich da rein Ich kann's komplett knicken Ach Ich war noch nie in meinem Leben in einer Strumpfhose Okay, hoch Oh, das gibt's schon einfacher als geklappt Jetzt haben wir voll die Challenges... Wir haben den Challenge-Zettel drüben vergessen Oh, das ist jetzt nicht der Ernst Leute, wir haben den Zettel vergessen mit den... Mal gucken erst an Oh, 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 oh Wir sind fast drin Nee, ich bin schon drin Wir müssen Knoten hier... Wie sollen wir den Knoten machen, wenn wir hier drin sind? Ich mach das, gib mal her Gib mal her, gib mal her Wie willst du das denn machen? Das ist doch völlig einfach Völlig aufs Glas Ach Man kann von innen keinen Knoten machen Und zack ist der Knoten drin Wie dumm bist du eigentlich? Boah, die ist voll reichfest, Leute Wir gehen mal besuchen Die sehen uns ja jetzt gar nicht mehr, die Leute Ja, wir sehen die auch nicht Ach Junge, wir haben voll die kranken Challenges geplant Lass uns erst mal den Zettel holen Oh, ist das ekelhaft Ich möchte hier raus Ja, aber weil ich mehr Körpermasse habe Hast du hier schon voll das chillige Leben da drin Ich hätte doch... Ich hätte doch mal einen Kuss Lass uns erst mal den Zettel holen Links 2, 3, 4 Links 2, 3, 4 Links 2, 3, 4 Links 2, 3, 4 Links 1, 2, 3 Das ist das Lustigste Das ich seit langem gemacht hab Siehste was? Nee Ich sehe auch nicht Guck mal, wir können sogar ein Video hier mit drehen Ich kaut sich scheiße aus Wo mein Handy fällt? Erste Challenge, ich lese sie euch vor Zusammen rein, geht innerhalb einer Minute Schau, halt einfach packen Ja, wieso wir sind noch schneller als einer Haben wir eine Minute gebraucht? Nein, wir waren voll schnell So, dann Halben Liter Wasser trinken Uhhh Okay, also wir müssen in die Küche jetzt Eher Wasser trinken Warte, soll ich die Kamera umstellen, dass die uns da mal... Au, voll, ich falle doch! Wieso hast du keine Gläser gewaschen? Ja, weil ich spüle manche länger Ja, soll ich jetzt hier ein Glas spülen oder was? Eine Eistee-Dose, jeder eine Wolle Wie soll ich die denn jetzt aufmachen, die Dose? Hierdurch muss ich trinken? Ja, du musst das Ding erstmal aufmachen, die Dose Ich hab ne Idee, darf ich die kurz chillern? Nein Schein 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 eigentlich Leute, wenn ihr einmal lachen solltet, bitte gebt einen Daumen nach oben, bitte Weil, stell dir mal vor, ich sag... Ah! Ja, Kamer, du gehörst! So Auf die Plätze Ja, du musst mir viel zu nah Fertig Und... Mh 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 Aber das hält, das ist gut so... ich kann nicht so schnell trinken Das ist das ekligste, was ich jemals gemalt hab Mh 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 Und Tischtennisbälle, die werden wir jetzt, die Bälle werden wir auf den Löffeln transportieren und in... Da hat sich die Scheiße ausgelöst. Julia, wir müssen jetzt die Kamera erstmal wieder komplett umstellen. Janka, guck mal, das Fenster ist und dann steht jemand auf dem Balkon. Nein. Was soll'n der jetzt denken? Ist das ekelhaft? Au! Wer ist denn da hin? Und los? Wer als erstes hat, oder? Ja, wie der als erstes hat? Warte mal! Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Wie Leute? Ich warte doch mal kurz! Mein Daumen ist durchgestochen! Ah, mein Kiefer, mein Kiefer! Ja! Okay, es steht, würde ich sagen, 1-1. Okay, ist jetzt eine Chance, geht auf alles oder nicht? Ja, aber dann musst du mir jetzt auch erstmal, wir müssen uns gerade hinstellen! Auf die Plätze! Fertig, los! Ja, du bist du denn? Weitere Wolle, dann musst du mal ein bisschen hin tun! Scheiße! Boah, die Laufmaschen werden immer größer! Okay, machen wir Wettrennen! Machen wir Wettrennen! Wer als erstes den anderen wegreißt, okay? Mein Gesicht ist gerade ein bisschen! 3, 2, 1 und los! Ah! Ist du los? Scheiße! Ah, vorsichtig! Aua, das ist die dunkle Video in der Zeit gewissen! Ich komm hier nicht mehr hoch! Ich rutsche die ganze Zeit auf den Strumpfuse aus! Aua! Ach, hier stimmt doch irgendwas nicht! Hier stimmt doch... Moment mal! Moment mal! Hier stimmt doch irgendwas nicht! Kann es sein, dass wir in einer Strumpfuse gefangen sind? Verziehen! Verziehen! Komm! Aua! Wenn du mucken willst, ne? Dann muckst du mit dem Falschen! Ah! Das ist doch gut! Was? Scheiße, ich hab mein Handy hinten angelassen! So Leute, wir werden jetzt in die Küche wandern! Wenn wir das irgendwie hinbekommen und wir müssen beide ein Ei trennen! Und wer schneller ist, hat gewonnen! Bzw. ordentlich, ja! Richtig nices Rührei wird daraus gemelkt am Ende! Ey, man denkt nicht, dass es so eine durchsichtige Strumpfung ist, dass man hierdurch keine Luft bekommt, so ne? Das ist so ekelhaft! Okay! Achso, okay! Jeder hat eine eigene Schale! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Scheiße! Das ist echt! Fertig! Oh ne, mein Ei, dein ist kaputt gegangen! Ach manu, ich dachte ich wäre so gut! Ach man, deins auch! Guck mal! Ja toll, aber meins ist ordentlicher gewesen! Aber ich will nicht aus dem Ei kommen! Warte, hättest du fest? Ich kann nicht mehr! WTF ist mit meinen Haaren los? Oh Gott! Bestimmt ist 90% des Videos einfach nicht fokussiert! Oh man, was war das denn für ein Video? Ich hoffe bei ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video! Das sind ja richtig viele Leute, die hier reingucken! Du Scheiße! Leute, das war's mit dem Video! Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht! Ich verlinke euch Julans neues Video natürlich auch am Ende des Videos und in der Informationsbox! Er weiß noch nicht was er dreht, deswegen wird es um eine Überraschung werden! Ich verlinke euch eine Überraschung! Überraschungsvideo? Nice Brudy! Daumen nach oben, wenn es euch zum Lachen gebracht hat! Euch gefallen hat! Au! Boah, ich muss meine Haare jetzt irgendwie entknoten! Das war's mit dem Video! Bis zum nächsten Mal! Danke, tschö! 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 Gebt unbedingt einen Daumen nach oben und ihr sagt, wir mussten einmal lachen! Haben uns gefeit! Wir haben eigentlich noch viel mehr Challenges geplant! Aber irgendwie... Es geht mir einfach nicht mehr! Denn man hat da so und so... Ich hab keine Luft mehr da drauf bekommen! Ich geb das Duschen an! Ich geh Duschen an! Tschö! Tschö!